Willkommen zu diesem neuen Video. Ich würde mal wieder sagen, wir landen mal wieder hier beim Bahnhof und gehen dann direkt mal wieder in den Bunker rein. Beziehungsweise einfach Keller, keine Ahnung, was das jetzt genau ist, aber ja, gehen wir das einfach mal rein. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr so Tipps habt, wie ich meine Spielfähigkeiten verbessern kann. Darüber würde ich mich mal sehr freuen. Und ich würde sagen, ich lande hier einmal. So. Vielleicht finde ich auch meine neue Lieblingswaffe. Die ist glaube ich neu jetzt, ganz neu. Ich glaube, die gibt es jetzt seit heute oder seit gestern, keine Ahnung, das ist nicht ganz genau. In dem Fall, seit kürzen. Okay. So, jetzt haben wir schon mal den ersten Kill geschafft. Ähm. Ich will jetzt unbedingt gerne mal die Waffe hier euch zeigen. Ich muss mal schauen, wo die ist. Die müsste eigentlich hier in der Nähe irgendwo, also... Die habe ich eigentlich jetzt in den letzten Runden sehr häufig gefunden. Ah, das ist die glaube ich hier sogar. Die hier glaube ich. Ja, das ist meine neue Lieblingswaffe, glaube ich. Ich glaube, wir tauschen auch das gegen das hier aus. Ja. So ist glaube ich gut. So. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Kills. Das muss ich auf jeden Fall noch verbessern. So. Wo bin ich? Wo ist das jetzt hier? Schau Gott mal. Ja. Okay, ich habe jetzt nur das Visier. Das finde ich jetzt nicht mehr so toll, aber... ...besser als jetzt im Moment gar keins, deswegen... ...bleibe ich jetzt mal bei dem. Also, ich glaube, die Zone kommt auch gleich. Ich habe jetzt nur eine Truhe. Oh, super. Fantastisch. Habe ich eine neue, super, habe ich eine neue Waffe. Dann ist ja die wahrscheinlich, dann benutze ich wahrscheinlich die gar nicht mehr, oder? Ich glaube, das ist, ich glaube, die ist sehr gut jetzt. Ist auf jeden Fall eine goldene Waffe, deswegen kann man dagegen nichts sagen. Jetzt bräuchte ich noch ganz dringend einen Sportwagen. Habe ich jetzt leider nicht. Und vielleicht auch ein Schilddrang. Ich war jetzt, glaube ich mal, ah ja, hier. Das ist ein Boddenay. Das sind beides keine Bots, okay. Okay, ich glaube, dann tun wir das hier raus. Dann lassen wir das hier. Und somit, glaube ich, wieder relativ gut aufgestellt. Wir haben schon fünf Kills, Leute. Ist ja Wahnsinn. Ist ja richtig, also, richtig schnell irgendwie. Ähm, ich schaue, ach ja, hier ist ein Sportwagen, okay. Super. Ich nehme mal den direkt mit. Ich nehme mal den anderen hier. Ja. 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 So, wieviel haben wir noch? Also jetzt haben wir 5 kills, 37 Spieler sind noch übrig Ähm Ah, hier warten wir jetzt ein Punkt Okay, dann fahren wir rück mal Wo soll man hinfahren? Links oder rechts? Mhmmm Oder wir warten hier einfach Okay, sicher geht ihr nicht Da ist einer Okay, kann man da hinfahren oder? Okay, der ist schlecht Ich dachte, der ist gut, aber Reserabel Okay, der ist gut, weg, weg, weg Schnell weg hier Und lieber vorher abhauen, bevor es zu spät ist Ich geh jetzt glaube ich hier mal Ich verstecke mich hier kurz mal, damit ich Alles kurz nachladen Meine Schilde wieder Ähm Alles machen und so Das ist eine gute Idee Okay So, das ist einmal nachladen Und kurz mich heilen Das finde ich irgendwie Mini Dann kann ich das ähm Ich geh mal schon Ich geh mal schon, ob ich irgendwie Mini finde Oh, hier ist ein äh Nur noch das hier Nur noch das hier Ich hab mich gesehen Ich hab mich gesehen Ich hab mich gesehen Schnell weg hier Ich hab mich gesehen Ach, jetzt hat er schon meine Reifen kaputt geschossen Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Die Opa Das ist was Die Opa 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 viele spieler haben wir noch aus 16 spieler übrig 5 eliminierungen habe ich schon ich hoffe ich bekomme noch ein paar dazu also wenn ich gewinne auf jeden fall natürlich noch eine das ist klar und auf angleichs hat sie sollte nicht die zone liegt aber das ist ja sehr selten ich war glaube ich mal in die richtung wenn ich jetzt ist doch jemand oder sollte kein auto stehen ich glaube ich gehe nicht sollte ich nicht machen wo wir sind ganz viel jetzt ganz viel zeug das brauchen wir aber eigentlich alles nicht so wo soll ich jetzt hinfahren da oben ist ein auto das könnte ich mir vielleicht nehmen oder keine ahnung ich glaube wir fahren mal in die richtung hier runter so ich frage mich echt wo die ganzen spieler sind frage hat sich ledigend da könnte ja auch das hier mal wieder benutzten als die oh da ist ja ganz viel ganz viel ähm ganz viel zum einsam nehmen Oh, da fällt grad jemand hoch, also mit dem, auf dem Seil da, zu der Insel, und da oben ist jemand. Oha, das war ja Wahnsinn eben. Oh, da ist jemand. Oho, ich muss weg hier. Der Reifen ist auch noch kaputt. Ich verstecke mich, glaube ich, hier. Hier drin verstecke ich mich. Ja. Hier drin verstecke ich mich erst mal. Das ist noch nicht wo. Hier. Okay, hier bleibe ich erst mal. Hier drin. Bis der weg ist. Ich kann ja schon mal hier ein bisschen rausgehen und schauen nach neuen. Vielleicht finde ich hier irgendwo ein Auto hier hinten. Hier müsste doch vorne eigentlich dieser Automat sein, wo ich mein Auto holen kann, oder? Das war doch hier vorne immer. Ich hoffe, der ist, wurde noch nicht benutzt. Wurde schon benutzt, aber hier ist ein anderes Auto. Finde ich das also nicht leer. Ist ja nicht so toll, wenn das jetzt leer wäre. Ne, ist okay, kann man noch benutzen. So, dann fahren wir mal in die Richtung. Vielleicht wird man dann auch ein neues Auto. Schauen wir mal, was uns da so erwartet in der Stelle. So. Acht Spieler leben noch. So. 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 Wo kommen die Punkte her? Das kann auf jeden Fall nicht so weit sein, weil ich höre auf jeden Fall Schüsse. Schießen die von hier oben runter? Du musst doch hier irgendwo sein, oder? auf jeden Fall ist einer eben hochgefahren auf diese Insel also müsste eigentlich einer auch vielleicht von oben runterschießen oh ja genau das meine ich der kommt glaube ich von oben sogar wir fahren lieber wo sollen wir hinfahren? deswegen meine ich auch mal gefühlt also oh hier ist jemand was ist das denn? komisch was war das heute? keine ahnung hm gute frage so sechs spieler leben noch sechs kills hab ok da vorne ist jemand da vorne ist jemand fahre mal nach hoffentlich ok nicht nicht da eingeklempelt sechs spieler noch und sechs kills da vorne ist jemand es sind zwei ich fahre lieber weg der wird nur mein auto snipen deswegen hat es keinen sinn jetzt hier zu bleiben so weg hier kann es nicht sein dass er mich hier verfolgt die ganze zeit das kann ich nicht wissen aber aber kann ich ja eigentlich nicht ändern aber warum leben immer noch sechs spieler also keine wurde gekillt die ganze zeit die da bei ihm punkt die siedler war gar nichts die Zone kommt auch schon wieder ok, 5 Uhr noch so ich weiß es echt nicht, wo ich mich verstecken soll ich fahr glaube ich mal hier hoch oder vorne hoffentlich greift die mich jetzt nicht an boah, das ist auch knapp weil die treffen immer so die Reifen irgendwie für die Zone kommt jetzt auch schon wieder ich muss jetzt mal wegfahren klar, ich habe 3 Medi-Kits dabei also wäre es nicht so ein Problem, wenn jetzt die Zone kommen würde aber muss ja nicht sein wo ist der? der schießt jetzt nicht wirklich hier hoch ok, ich weiß jetzt gerade nicht, wo mein Auto ist das ist hier runtergerollt, oder? oha, der hat ja richtig... oha ich hätte ja sogar Medaille super schnell weg hier kommt der jetzt? ich hoffe das jetzt nicht kommt Leute ich hoffe das jetzt nicht kommt ich muss auch eigentlich mein Schild rank holen der sieht das doch jetzt bestimmt ich muss ja leider wieder zurück ich muss ja leider wieder zurück Leute das war nix Leute ich würde sagen ich beende das Video ich hoffe euch das Video gefallen ich würde sagen bis zum nächsten Mal ciao 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 ciao